Für mich ist das Feuer der Beginn der Zivilisation, etwas, das wir der Natur entrissen haben. Ich bin Feuer und Flamme für die Freiheit. Meine Kunst soll sie befeuern und entflammen für ihre Freiheit. Light your fire ist die Botschaft. Sie sehen, ich gehe durchs Feuer für meine Kunst. Immer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017